Ich spring von Level zu Level zu Level Ich spring von Level zu Level zu Level Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level zu Level Bis der Endboss kommt Hi Leute und herzlich willkommen bei TZ Shubash Wir kommen zum Fatal Rückspiel gegen Phineas Für die, die sich das Hinspiel bei Phineas und nicht angeschaut haben Schaut euch jetzt das Video an Link dazu ist in der Videobeschreibung Und hier oben geht die Endcard auf Richtig kranke Spiele Die Infocard Richtig, richtig kranke Spiel Jungs Zunächst will ich erstmal sagen Bitte unterstützt uns bei dem Turnier Auch wenn wir vielleicht rausfliegen Auch wenn wir es nicht schaffen Lasst alle einen Daumen nach oben da Lasst ein Abo da Kommentiert dieses Video mit Hashtag TZ Army Unterstützt uns komplett Jungs Und ich würde sagen wir spoilern leider Ich würde auch sagen Jungs Wir spoilern in 3, 2, 1, 0 Wir haben das Hinspiel bei Phineas gesetzt Ich habe noch einen knallroten Kopf Da ist nicht mehr die Cam gelaufen Haben wir 2, 2 gespielt 2, 0 zurückgelegen Dann das 2, 2 noch gemacht Checkt es auf jeden Fall ab Das hier ist jetzt das alles entscheidende Spiel Jungs Das ist unser größtes Spiel in unserer FIFA Karriere Das kann man irgendwie so sagen Wir sind mega, mega nervös Man merkt einfach Phineas hat einfach schon die Routine Von dem Fade Da kommt es doch schon irgendwo her Man die Profis immer sagen Der hat schon eine gewisse Routine Hat er auf jeden Fall Merkt man Wir geben unser Bestes jetzt Jungs Dass wir weiterkommen Man muss sagen Phineas hätte das erste Spiel gewinnen müssen Der ist glaube ich 3 oder 4 mal allein auf Lehmann Aber Lehmann Er war einfach da Für den ihr euch entschieden habt Jungs aller Weltklasse und Mädels Und dann würde ich sagen Gehen wir dann auch jetzt in das Spiel rein Simon wird nicht so viel sprechen Er wird die erste Halbzeit machen Ich die zweite Er wird sich hier komplett in den Tunnel bohren Und jetzt richtig Gas geben gegen Phineas Und wir hoffen Jungs Wir hoffen, dass wir einfach hier weiterkommen Das wäre so ein Traum von uns Im Halbfinale von einem Fade-Turnier zu stehen Wir geben alles Jungs Und sehen uns dann im Spiel Leute das ist ein Kopf vom Kopf her Anstrengender wie ein eigenes Fußballspiel Ihr seht jetzt ein Team Hammer Team, Alter Mega Team Ja, da ist sich hingeklatscht Vor allen Dingen Vidal, Okpa und Modric Die räumen Mega viel weg, Alter Mega viel, ne? Ja, auf die Abwehr Also er steht schon Er hat schon das heftige Radier Muss man schon sagen Aber du bist jetzt da, Jungs Du bist jetzt da Wir gehen jetzt ins Spiel, Jungs Und drückt uns die Daumen Komm schon Komm, Hector Bellavine Über die Flüge Komm schon Junger Mann Pump Schön durchgepumpt Ach, schade Komm, jetzt fehlt er Oh, nein Ruhig, ruhig, ruhig Schöner Ball Schöner Ball Mein näher Platz Mein näher Platz Sergio Ramos gegen ihn Ist vorbei Ist vorbei Zieh rein Nein Nein Und noch Abstoß Nicht verlieren Genau, ruhig Nein 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 Komm, komm, komm Geht so Geht doch mal Ballerin, Alter Ja, Junge Komm, lang Geht doch einer Ja, komm Tor, bleib Tor, bleib Oh, Junge Was macht das denn Geht weg Nichts hört besser Nein Weg mit dem Ding Boah Komm, deiner 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 Ach, du Scheiße Nein Das sind die, wo Normals hoch Ja Nein, nein Und durch Und durch Yannick Carrasco Yannick Carrasco Komm schon Verliert hier gegen Sergio Ramos Schönes Ding Ja Elli Elli Sehr schön Komm mal, nee Komm mal, nee Junge Schönes Ding Schönes Ding Schönes Ding Ja 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 Antonio Griezmann, Alter So, jetzt Wir führen hier 1 zu 0 Das würde das weiterkommende Fäde bedeuten Oh, Aube kommt hier nochmal durch 85. Bellerin Und weg mit dem Ding hier Sehr gut Sehr gut Egal, komm, weiter ruhig gleich Weiter ruhig gleich In 86. Minute Ach du scheiße Ach du scheiße Ach du scheiße nie Ja Körser Ja yesterday Untertitelическая kesnej Ja! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Ich würde sagen, beim zweiten Spiel kommt man wirklich... Ich glaube, da hätte er gewinnen können, hätten wir gewinnen können bei dem Spiel. Ich hatte am Anfang in der ersten Halbzeit riesen Chancen, er hatte dann bei dir am Anfang riesen Chancen. War ausgeglichenes Game, ne? Oh mein Gott! Schaut euch auf jeden Fall, Philipp, also Phoenix, FIFA, das Spiel auf jeden Fall auch an, Jungs. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Wer ihn noch nicht abonniert hat, lasst euch auf jeden Fall ein Abo da. Sehr, sehr korrekter Typ auf jeden Fall, Jungs. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Und wir sind jetzt einfach nur über, über, über glücklich. Ich bin ganz ehrlich, Phoenix, der hat sich so gesteigert, so gesteigert. Nach vorne hin, schnörkellos, ne? Brutal nach vorne hin. Ich habe vorhin zum Simon gesagt, wäre eine Aufnahme, der spielt nach vorne hin, Alter, wie ein Gamer-Brother nach vorne. Krank Doppelpass, Doppelpass gehen. War richtig, richtig anstrengend. Ich habe hier noch einen knallrote Kopf, ihr seht es, Jungs. Oh, mein Puls ist bei 300. Fertig. Aber ich würde sagen, wir freuen uns dermaßen, dass wir weiter sind, Jungs. Und dafür wirklich nochmal eine heftige, heftige TC-Army-Spam unten rein, Jungs, in die Kommentare. Wir sind raus auf jeden Fall, ne? Haut rein. Und ich kann nur sagen, falls Simon und Gamer-Brothers weiterkommt, wir sind da, mein Freund. So einfach wie sonst wird es nicht, mein Freund. So einfach wird es nicht. Und wir sind raus, Jungs. Haut rein. Ciao! Ciao! Ciao!